This could be us, so back to what I was saying This could be us Herzlich willkommen zu einem neuen Testing Out Video Ich war wieder auf der Jagd Und ich habe drei Tage später tatsächlich Sobek gefunden Einer der neuen Helden von Season 5 Ja, wie ihr seht, Limit Broken 16 Wappen Ja, Wizard Class Macht also Prozentual mehr Damage, glaube ich Ja, 15 Prozent mehr Ja, Sun Family 10 oder 20-prozentige Chance 35 Prozent Blindheit für zwei Züge Okay Und 98 Brandschaden über zwei Züge Für Helden, die Spezialattacken auf diesen Helden casten Okay Und eine 50 oder 75-prozentige Chance Falls Der Held Diesen Sobek killt Okay Das ist ja schon nicht so schlecht Sun Family Ja, was ist denn seine passive Fähigkeit Okay 70 Prozent Schaden auf alle Gegner Und 288 Sandschaden über drei Züge Das ist eine 60-prozentige Chance Okay Ja 1753 Leben, Leute Alter Schwede Sag ich dazu Okay, seine Spezialattacke ist wieder Ja, nichts Spektakuläres, ne 290 Prozent auf alle Gegner Als Average Mittelschnelle Held also Ähm Im Vergleich Kong mit seinem neuen Kostüm Macht 300 Also 10 Prozent weniger Ähm The attack bypasses defensive buffs This includes counterattacks Okay Das ist gut Also falls die Durch Freya Death abbekommen oder so Das interessiert den Sobek gar nicht Oder Repos von Elena Oder Versand Oder keine Ahnung Das interessiert ihn alles gar nicht Der haut da so durch Und er kriegt auch keinen Schaden zurück Das dürft ihr nicht vergessen, ne Er ignoriert das einfach, also Okay 965 Attacke Ich weiß nicht wie Auf wie viel der kommt mit 4 weiteren Skillpunkten Das kann ich euch jetzt nicht sagen Leider 808 Verteidigung Ja, auch nicht schlecht Ich sehe ihn definitiv nicht Als verteidigen Helden Als Verteidiger sehe ich ihn nicht Das ist eher ein offensiver Held Definitiv Ja, gucken wir mal Ähm Was er so mit uns macht Wir lassen ihn mal auslösen Würde ich sagen Und wie seine Attacke aussieht Ich habe das auch noch nicht gesehen Wie gesagt Es ist Es ist 3 Tage später Heute ist Dienstag Oder 2 Tage von mir aus Und äh Ja Den konnte ich leider nicht finden Deswegen schauen wir mal Was jetzt passiert Also gewinnen oder verlieren Ist absolut egal Für mich Ich will nur sehen Wie der Was er macht Was er tut Aber dafür müssen wir uns Erstmal dahin spielen Denn ich muss das ja auch Irgendwie Ähm Überleben Bis dahin, ne Nicht, dass mich hier Alois Wegnockt Oder Kunel Oder Elisabeth Oder Davy Jones Der alle ready macht Bevor ich hier überhaupt Irgendwas machen konnte Aber Es sieht schon mal Nicht so Dolle aus Ich habe auch gar nicht geguckt Jetzt Was er überhaupt Für Truppen hat Das können wir uns gleich Nochmal angucken Im Rematch 1081 Angesoff hat er 1100 185 Verteidigung Ja Okay Ja ich kann jetzt In Alois Reinspielen Elisabeth löst leider schon aus Was echt scheiße ist Oh boy Das ist schon mal nicht gut Ich denke sie wird jetzt Alle wegnocken Die Frage ist Lassen wir ihn jetzt Einmal auslösen Wie viel Warte mal Wie viel Schaden Macht sie nochmal 270 Oh Und dann habe ich noch Eins Zwei Drei Autoattacks Ne komm das Wir werden jetzt Da rein spielen Würde ich sagen Und dann sehen wir mal Und dann sehen wir mal Was er überhaupt macht Wenn wir jetzt eh sterben gehen Ach ne es hat nicht mal Gereicht Ich glaube das nicht Es hat nicht mal Gereicht Gut er wird jetzt auslösen Ne Ist in Ordnung Spielen wir hier nochmal Rein Einfach mal Gucken wir mal wie die Attacke aussieht Wie viel Schaden Der macht So Wir haben zwei Minions Die uns vor den Autoattacken Schützen Besa ist Unglücklicherweise Gestorben Habt ihr ja gesehen So Und jetzt lasse ich mal Auslösen Hier Jupp Davy Jones Alles klar Okay 487 Er hat ja meine Verteidigung Ignoriert Ja Rematch Würde ich sagen Gleich direkt rein Und hoffentlich dann Ich will ja sehen Was er auf alle macht Dafür brauche ich aber auch Die Steine Mensch Jetzt habe ich hier schon wieder Gar nichts Vielleicht kommt blau von unten Nein Gut Dann lassen wir ihn direkt auslösen Mal gucken was jetzt passiert Auf alle Ich habe kein DevUp Kein nichts Okay Nett 500 Schaden auf alle Average Speed Als Verteidiger Das ist schon mal Das ist schon mal etwas Wenn man bedenkt Dass er alles Ignoriert Es würde ja Keine Rolle spielen Selbst wenn ich Mein DevUp hätte Oder Das spielt ja alles Keine Rolle Oder ich habe Repost an Das macht ja nichts Ähm Ja Okay Wie viel Verteidigung hat er? 953 Zum jetzigen Zeitpunkt Gut Wir müssen Elisabeth löst gleich aus Eloise ist mir relativ egal Zum jetzigen Zeitpunkt Also machen wir mal hier ein bisschen Die Mitte frei Ähm Ja Gucken wir mal Ob wir ihn eine zweite Runde Auslösen lassen können Denn das ist das Ziel Spillen wir mal rein Immer sein da Hat immer noch nicht gesagt Schade Ja dann ghoste ich nochmal Oha Ja das ist Das Oha Alter 121 Schaden pro Zug Das war eine 60 Ne 70%ige Chance Ne 60% ne Ja 60%ige Chance Dass er Die beiden Skills aktiviert 70% Auf alle Gegner 70% Schaden Auf alle Gegner Und den Sandschaden Also Von den Drei Die Gefeatured waren Würde ich Wenn ich einen aussuchen Müsste Sobek Wählen Definitiv Weil den Kannst du gebrauchen Gut Wie gesagt Als Verteidiger Sehe ich ihn jetzt nicht Wenn ich es gewollt hätte Dann hätte ich das hier auch Definitiv Jetzt gewonnen Ne Machen wir noch Ein Match Einen haben wir noch Spielen wir mal Meine Pokale runter Okay Dann sammeln wir mal Ein paar Steine So Ja okay Ähm Ja die Chance Ist ja recht hoch Ne 60 60% Ist ja Ist ja doch etwas Okay machen wir mal Wieder die Mitte Hier frei Because we can So Jetzt kann ich gucken Ob hier Naja wir machen das mal so Ich benutze jetzt erstmal Äh Kampus nicht Weil auch Eloise jetzt gleich auslöst Ne Eigentlich kann ich sie auch direkt auslösen lassen Ne Wir lassen ihn mal wieder auslösen So Jetzt lösen alle aus Davy Jones ist auch Beseit Die macht Eloise ready Vielleicht ist jetzt auch Mein ganzes Team geweibt Keine Ahnung Mal gucken Gut Mein Gargoyle wird überleben Ist ja klar Schon wieder Okay Halbes Team ist tot Mehr oder weniger Gut Ich hab jetzt noch Minions Dann bin ich geschützt Aber ich hab nichts für Davy Jones Also Ja gut Der Diamant reicht ja Ja das gefällt mir gut Mit dem Mit dem Sandschaden Overtime Das gefällt mir sehr gut Muss ich sagen Also zwei Die Aoe Damage machen Auf die ganze Gruppe So wie hier Eloise Und Sobek Alter Da vibst du alles mit Ja Also zum Trost Dieses Mal lass ich ihn nicht gewinnen Den Kollegen hier Er soll hier nicht denken Dass Dass wir hier Einfach aufgegeben haben So was hält der denn aus Hier überhaupt 1062 hab ich ihm gegeben Wir können uns jetzt gleich Wie gesagt nochmal Angucken Ob was für Truppen der hat Das hab ich jetzt nicht gesehen Ob das noch ausbaufähig war Oder nicht Kann ich jetzt nicht sagen Ansonsten Gefällt mir Der Held Doch Recht gut Also definitiv Mehr als die anderen beiden Muss ich sagen Ne Ja okay Das interessiert uns nicht Dann gehen wir mal kurz Hier rein So 29 Seine Truppe war auf 29 Okay Ansonsten Vergesst nicht zu liken Und subscriben Und Danke fürs zuschauen Bis zum nächsten Video Und Leute Altyaz Although Another Ansonsten Und Maybe Another Untertitelung des ZDF für funk, 2017